Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Mittwoch, dem 26. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 877. Und heute habe ich die folgenden Themen. iRobot Genius, Drohnenbetrieb, Fortnite, Google Home, Fitbit x3, Fritzbox 6490 und Galaxy Z Fold 2 Surface Duo Note 20. Also einiges an Themen und deshalb schwinge ich mich auch gleich da rein. Der schon lange bekannte Staubsaugroboterhersteller iRobot mit seinen Roombas hat eine neue Plattform, eine neue App auf den Markt geschmissen, die wirklich cool ist. Sie hört auf den Namen iRobot Genius und wenn sie nur so halb Genius ist, wie die Werbeversprechen oder der Blogpost auf dem lebesmar.ch-Blog verspricht, dann ist es wirklich eine coole Geschichte, denn er stellt nicht den Staubsauger in den Vordergrund, sondern den Menschen. Der Mensch, der zwischendurch mal isst, der auf dem Sofa sitzt, Sauerei macht mit Popcorn oder zu unterschiedlichen oder auch immer wieder genau gleichbleibenden Zeiten isst. Das ist ein Staubsauger, der immer wieder mal bei irgendwelchen Kabeln hängen bleibt. Und was macht die App da? Die App fragt euch dann, soll ich vielleicht jetzt mal reinigen gehen, weil Essen und so und vor allem da speziell um den Tisch rum, soll ich da nicht mehr durchfahren, weil ich da immer wieder mal auf diesem blöden Kabel hängen bleibe. Da habt ihr noch Katzenfutterkissen oder Hundefutterdosen und so weiter. Soll ich die Sohn auslassen? Das soll die App oder die Plattform neu euch immer wieder fragen und somit euch besser kennenlernen, euer Haus besser kennenlernen und somit dann auch ein besseres Saugergebnis erzielen. Ich brauche unbedingt neuen Roomba. Das ist definitiv. Mal schauen, was sich da ergibt. Dann weiter. Die Post und Matternet haben jetzt nach einer Corona-Pause wieder begonnen oder werden beginnen am 27. August genauer gesagt mit dem Drohnenbetrieb. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, hier in den Dailies oder auch im News-Podcast im grossen Motto-Format, da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass in der Schweiz, in Lugano, aber auch in Zürich Drohnen zwischen zwei Laboren, also zwischen dem Spital und dem Labor, Proben hin und her transportieren, weil das deutlich schneller geht als mit dem Fahrrad oder natürlich auch noch schneller als mit einem Auto. Das Ganze hat wie gesagt pausiert, wird per 27. August in Lugano wieder gestartet. Ab dem 31. August gibt es dann auch wieder Testflüge in Zürich und ich hoffe, das Ganze kommt so richtig zu fliegen, denn ich glaube, das wird die Zukunft sein. Weiter geht es mit einem Update aus der Geschichte, wo Fortnite Apple verklagt hat und Google logischerweise auch, weil die beiden ihre App aus dem App Store und auf dem Play Store verbannt haben. Jetzt hat das Gericht Apple und somit, glaube ich, auch Google, zumindest im Bericht steht nur über Apple, Recht gegeben, dass sie Recht haben. Fortnite, also somit Epic im Hintergrund und somit die Chinesen Tencent und so weiter, die Franzosen, wer auch immer dahinter steckt, Die haben gegen geltendes App Store Recht verstoßen und deshalb war der Ausschluss der richtige Weg oder darf Apple tun, was sie nicht dürfen, die Unreal Engine komplett rausnehmen, weil das hätte natürlich dann auch Microsoft und viele andere Spielentwickler auf den Markt gerufen. Microsoft hat sich ja auch daran beteiligt, weil eben die Unreal Engine mit im Spiel war. Somit dürfen wir gespannt sein, ob das Fortnite noch irgendwie weiterziehen wird, also Epic, oder ob das dabei bleibt. Apple hat natürlich logischerweise ganz schnell reagiert und gesagt, Liebes Fortnite, wir nehmen euch gern wieder im App Store auf. Dann, ja, Google und ihre Apps. Auf iOS sind sie meistens hübsch, auf Android mittlerweile meistens auch. Das mit diesem Dark Screen und Updates, das hat Google auch bei den eigenen Apps leider nicht so. Somit hat man ganz, ganz lange warten dürfen, bis mal ein dunkler Modus für die Mail App gekommen ist, die Gmail App. Nun ist eine weitere App dran. Die Google Home App kann jetzt dann bald auch schon dunkel. Yippie, jay, jay. Darauf habe ich gewartet. Meine ich nicht ironisch, sondern wirklich. Dann Fitbit, was ja fast Google ist oder eben nicht, weil ihr wisst ja, hin und her mit Bestätigung, dass Google das übernehmen darf oder eben nicht, hatte nicht länger warten wollen und jetzt halt die eigenen Geräte unter eigenem Namen noch rausgeschmitzen. Es gibt einen neuen Fitbit Versa, nämlich eine Version 3. Es gibt einen neuen Fitbit Inspire, nämlich eine Version 2. Und es gibt einen Fitbit Sense. Was ist das Ganze? Das Fitbit Versa ist ein Lifestyle-Gadget, was ihr euch an den Arm hängt. Das Inspire ist so ein kleines, wie man es halt Fitbit kennt, das kleine ursprüngliche, dünne. Und die Sense ist die grosse Smartwatch, Healthwatch, wie das Fitbit im Genaueren nennt. Alle anderen sind ja mittlerweile auch in dem Bereich angelangt. Die Produkte sind auf dem Markt ab wenig Geld bis zu 350 Währungseinheiten, glaube ich, für die Smartwatch, so in dem Stil. Wer sich dafür interessiert, hört diese Woche bei der Geek Talk News rein und oder lest euch rein bei daily.geektalk oder in den Shownotes eures Podcatches, wo ihr das Ganze jetzt anhört. Immer wieder hier ein Thema ist die Fritzbox mit Updates aktuell, die sie fahren auf das neue FritzOS 7.2.0. Und das Neueste bei den Fritzboxen, was dazu gestossen ist, ist die 6490. Wer sich jetzt denkt, die Box ist doch schon alt, ja, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Es gibt einige Nachfolger dazu. Aber das ist das Schöne und das Tolle bei AVM. Auch alte Geräte bekommen Updates, neue Funktionen, sofern hardwaretechnisch löse, machbar logischerweise. Und somit eben auch die 6490, die jetzt doch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber halt immer noch funktionieren. Und das, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmals, ist ja das Tolle bei AVM-Produkten. Weiter geht es dann mit drei Hinweisen auf Unboxing und ersten Testberichten. Das Galaxy Z Fold 2, das faltbare Grosse von Samsung. Davon gibt es jetzt erste Videos. Wir haben eins davon verlinkt. Auch zum Surface Duo, dem unglaublich dünnen und schicken Glasteil. Ja, auch da gibt es Videos dazu und jetzt werde ich wehmütig. Und zu guter Letzt gibt es ein Teardown, also ein Auseinanderschrauber geschraubtes Smartphone. Und das ist von dem kürzlich vorgestellten Galaxy Note 20 sowie dem Note 20 Ultra. Die beiden wurden bei iFixit, wo sonst, auseinandergeschraubt und Punktezahler vergeben. Leider nur eine 3 von 10. Positiv hervorheben muss man. Das ganze Teil lässt sich mit einem einfachen Philips-Schraubendreher auseinanderziehen. Also nicht wie bei Apple mit diesen lustigen Knorx, Korks, wie heisst die Dinger, Schraubezieher. Was nicht ganz so toll ist, wenn man den Akku rausnehmen möchte, das ist schon ein bisschen komplizierter. Und genauso verhält es sich, wenn das Display raus muss. Deshalb nur eine 3 von 10 für Laien nicht machbar. Was aber immer wieder eindrücklich ist, das ganze Telefon auseinandergebaut da liegen zu sehen. Ich könnte mich ja totgucken an solchen Bildern. Wer das möchte, Link dazu ist wie immer bei uns in den Shownotes. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.